hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem interview zu einem neuen interview im neuen jahr wieder mit der lieben susanne lorei hallo liebe susanne schön dass du dabei bist und dir wieder zeit genommen hast ja ich freue mich silke ja ich habe ja jetzt ein bisschen kleine auszeit gehabt jetzt über die feiertage und dann freut man sich umso mehr wenn man dann wieder lebenswert gesichter sich begucken kann genau wir haben jetzt schon die letzten ein zwei jahren einige videos gemacht immer so ein bisschen themen auf der anderen ebene nicht es geht nicht direkt um gesundheit ernährung sondern da wird er so ein bisschen auf die psyche geschaut toxische strukturen wir hatten da schon verschiedenste themen du warst ja auch und du bist ja auch kommunikationstrainerin hast früher in firmen mit den mitarbeitern gearbeitet in den letzten jahren hast du dich dann eher so auf spezialisiert auf hochsensible empathen toxische strukturen machst auch viele videos auch viele einzelne plugins genau du berätst die leute begleitest die so schnell und so gut wie möglich durch diese auch herausfordernden zeiten so kommen gerade die hsp und mir ist aufgefallen in deinen videos hast du öfters auch mal von werden gesprochen wieder hohe werte leben da hast auch mal ein video gemacht da ging es auch um unsere ahnen man hat auch auf telegramm also ich verfolge dich auf telegramm gesehen da hast du auch gewisse orte aufgesucht und fotos mit uns geteilt und genau und wir leben ja auch gerade so in herausfordernden zeiten das ist wirklich ein umbruch da das kann man spüren wir wissen noch nicht so richtig wo geht es wirklich hin und da habe ich dich gebeten lass uns einfach mal ein video machen über werte leben welche hohen werte gilt es hoch zu halten wieder für uns zu erkennen was was welche werte sind eigentlich für uns ureigens ja auf was können wir uns wieder besinnen und welche werte ja verhelfen uns ja vielleicht auch gut durch diese zeit zu gehen das ist eine gute frage welche werte uns kann man es global sehen wir können es aber auch auf unser land ein bisschen beziehen und das ist jeden wahrscheinlich dieser 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 satzen begriff am deutschen wesen soll die welt genesen das ist ein altes gedicht glaube 1861 ist es entstanden und komischerweise wenn man dann über werte recherchieren will oder deutsche tugenden ja dort das was was deutsche werte ausmacht zum beispiel es ist sehr bestürzend dass du da kaum was findest ja also du bist echt am gucken du findest ganz viel über deutsche untugenden das ist schon mal der witz schlechthin wenn du über deutsche tugenden eingibst kommt da kaum was du wirst dann weitergeleitet auf preußische weißt schon diese also auf preußen weil ursprünglich diese deutschen tugenden berufen sich auf die zeit um friedrich wilhelm und dann auch seinen sohn das war ja der friedrich der große und die waren ja ursprünglich gedacht für die armee also für für das heer ja also diese diese werte die man da gelebt hat oder versucht hat sehr stark in vordergrund zu bringen und erst später hat sich das sukzessive dann übertragen auf die gesellschaft und hat sehr vieles der heutigen werte die uns noch zu eigen ist das ist so auch meine überzeugung ja hat die praktisch hier reingebracht ja und was aber jetzt die letzten jahre passiert ist oder man könnte jetzt auch sagen ab dem zweiten weltkrieg weil das fängt ja auch mit sprache und all den dingen an wurde vieles also das ist jetzt meine meinung ja wie es andere sehen da mag es diskussion geben aber die wurden systematisch gelöscht runtergedämmt verzerrt oder wenn man es ganz böse sagen will auch in ihr in ihre in ihr komplementär verdreht diese diabolische umkehr oder wie man es das auch in der kennt aus dem narzissmus aus der psychopathie raus und es ist erschreckend was von diesen grundfesten die ihm per se schon mal sehr positiv waren was da noch übrig bleibt für mich ist es ist auch eine art fast der der gehirnwäsche ja wenn ich wie gesagt recherchieren gehe ins netz und hier wird ständig über die deutschen untugenden gesprochen oder dieses karikieren ich bin damals auch in meinen recherchen auf auf irgendwelche sendungen reportagen gestoßen wo das richtig verzerrt wurde da wo dann das auch ins lächerliche gezogen ja die deutschen werden ja so überpünktlich können sie aber nicht sein weil guck die deutsche bahn an ja ist immer unpünktlich oder so werte oder tugenden wie wahrhaftigkeit ehrlichkeit hat man dann verzerrt hat gesagt guck sie dir an 15 prozent haben irgendwann in ihrem leben mal was geklaut oder 40 prozent sind mal schwarz gefahren in irgendeiner bahn also du merkst es wird verzerrt es wird mit aller gewalt daran geschraubt oder oder das infraktal in in fragmente zerlegt ja damit dieses wahrhaftige oder auch dieses ja pflichtbewusste oder auch sehr helfende freundliche wesen das in unserem land oder in unserem breiten geraden zerstört werden also auch die frage mit welchen werten back wächst denn die heutige jugend unsere zukunft auf das ist verschrecken mit was die kinder und jugendlichen in schulen aber auch im medien kika gibt es den kinderkanal was da transportiert wird mittlerweile also sei es also man hat schon das gefühl wenn man da tiefer rein geht und ich meine wir sind auch menschen susanne wir schauen uns die sachen tiefer an ich meine du in deinen videos meine ich immer vieles zu erkennen du sprichst immer durch die blume und deutest immer so an also wir haben uns auch schon viel privat ausgetauscht da weiß ich ja wirklich auch dass du da auch in vielen dingen in die tiefe gehst ich beschäftige mich auch mit vielen themen das ist einfach gar nicht so das thema auf meinem kanal weil ich auch anders ausgerichtet bin für deine thematiken ist es manchmal hilfreich dann durch die blume eben gewisse dinge anzusprechen so aber wenn man ja man merkt schon auch dass es in den letzten jahrzehnten immer mehr darum geht die menschen zu entwurzeln ihrer identität zu berauben ja also gerade uns hier in diesem in diesem gebiet ja ja ich habe das ich mache das ja immer gerne meinem bild da klar ich habe dieses kreuz auch ein bisschen neu interpretiert ich habe gesagt die wurzeln unten werden abgeschnitten also da wo unsere werte sind unsere die ahnen unsere geschichte all das was unsere ahnen erkämpft oder auch erfahren haben ja das ist oder cg jung wird sagen das kollektive unterbewusstsein ja davon die wir zehren können und diese wurzeln unten werden abgeschnitten dann vom kreuz wenn du nach oben dich denkst dieses diese diese gottesfurcht oder auch der tiefe glaube die spiritualität werden zum beispiel in unserer deutschen geschichte sehr viele mystiker das wusste ich damals auch nicht vor allem auf mystikerinnen ja also auch diese diese ausrichtung nach oben die wird uns ja komplett ausgedünnt ja und uns werden da irgendwelche ersatz religionen der selbstoptimierung oder irgendeines eines 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 künstlich synthetischen spiritualismus vorgeführt der in eine ganz andere richtung weisen soll ja und die anderen äste in die zwischenmenschlichkeit rein oder auch natur ja das was uns umgibt die gaia die erde ja auch das wird uns ja abgeschnitten durch eine synthetische welt durch dieses weißt du diesen sozialen abstand ja die leute wenn das so weitergeht die können ja gemeinschaft überhaupt nicht mehr richtig zelebrieren ja merkst du ja jetzt schon dass die leute also teilweise also das ding das empathische immer mehr abhanden kommt das gemeinschaftliche denken das fürsorgliche dieses pro soziale ja dieses teile und herrsche auch in unserer gesellschaft das wird so wirklich so kleine so viele verschiedene mikrokosmen wo da wird der gegen den gehetzt und die gegen den und die gehen ja klar wenn du kleine fragmente überall hast ja die kannst du doch viel mehr besser eintöten die kannst du doch viel besser steuern oder manipulieren das geht ja durch die familie auch durch schau mal früher war 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 bei uns im land der schon ein sehr familiärer gemeinschaft sind da und jetzt geht ja die axt mittendurch ja das heißt wenn du familien jetzt aufsplitt ist und spalt ist da ist ja die auch die wurzel oder die das was uns zusammen bindet oder oder stark macht die wird ja auch in alle winde zerstreut und 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 solche staubkörner die da im wind wirbeln die kannst du viel besser in den kanal reinkriegen oder oder führen als wenn du ein 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 starkes gemeinsam hast und die menschen die entwurzelt sind und keine identität mehr haben die lassen sich einmal am leichtesten manipulieren und lenken und führen in richtung die uns als menschheit oder als ja als menschen einfach nicht dienlich sind und das ist aber jetzt auf so vielen verschiedenen ebenen wo kann man am besten ansetzen natürlich bei den kindern nicht mehr anschaue was die lernen was den mitgegeben wird an werden das ist das ja das entwurzelt die noch am ja die sind noch viel mehr entwurzelt als wir es sind und wenn ich mir jetzt auch ich habe ich habe ja viele leute ich sage es ja immer so in den coachings oder in den psychologischen begleitungen sehr viele multiplikatoren dazu zählen auch lehrer kultdirektoren kindergarten leiter oder solche leute ja und ich habe hier mehrere personen parallel zeitgleich simultan die sagen sie können diese werte das sind ja gar keine werte mehr das sind programme ja nicht mehr nicht mehr rechtfertigen oder nicht mehr mittragen ich habe jetzt einige die im kindergarten oder auch im schuldienst sich rausziehen die sagen da gehe ich lieber als sekretärin oder als schreibkraft als diese dinge hier mit befördern die für gerade für die kinder oder die jugend nicht förderlich sind gerade auch was jetzt in dieser ganzen ich sage mal die zeit in den letzten jahren was auch in den schulen passiert ist also ich bin so tiefst geschockt und du hast ja auch einiges mitbekommen also mir haben mich auch verzweifelte eltern mütter geschrieben also das ist kaum auszuhalten und es ist erschreckend weil die kinder wie du sagst die die werden ja immer mehr entfernt von diesem wedesystem ja die werden wie eingeschluckt mit mich in erinnere so ein bisschen an dieses wir hatten das dieses märchen geheißen der rattenfänger von hameln ja brauchst du nur bestimmte flötentöne und dann werden die mitgezogen und und vom vom schlund des berges verschlungen es gibt so ein bild vielleicht blende ich das mal hier ein wenn ich das finde es ist so bezeichnend auch zu den werden aber auch was mit den kindern in den schulen passiert ich versuche es mal zu beschreiben du siehst einen klassenzimmer und da sitzen so kleine holzklötze so als und dann gibt es der lehrer ist die axt und dann so ein elternteil der auch schon so beschnitten es schiebt sein kind was nur so triebe hat und so kleine plättchen in die klasse rein und da werden die halt zurecht gezimmert so auf das system geeicht und diese 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 feinen ästchen mit den plättchen so die antennen sozusagen also ein kind gerade wenn das so die ersten sechs jahre doch im familiären umkreis so mit gewissen werten aufwächst spätestens ab der schule ist es ja vorbei dann ist ja auch nachweislich so dass viele kinder anfangs hoch intelligent sind auch so auch hsp also hoch sensibilität ist ja auch eine art der hochbegabung und nach diesem bestimmten zeitfenster sind die quasi ja die sind die sind die sind die sind die sind die silhouette rein gepresst du sagst die sind beschnitten die sind formatiert ja das ist das ist das tut mir weh also ich muss als 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 hochsensitiver mensch tun mir diese prozesse wirklich weh es ist erschütternd es macht traurig zu sehen wo hier die neue generation auch hinten hingeführt wird da wie ins niemals land ja also ich meine was mit was was war so ein begriff oder so ein so genannter wert der uns ja hier von außen so um die ohren gehauen wird was man immer wieder hört seit jahren ist immer toleranz 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 aber toleranz kommen wir von tolerar und heißt einfach nur ertragen aushalten also wir haben die ganze zeit eigentlich sollte es ein wert sein aber eigentlich ist es was uns werden ja verschiedenste dinge um die ohren gehauen und wir sollen einfach alles ertragen und aushalten und da frage ich mich wann ist es mal genug mit diesem aushalten toleranz auch uminterpretieren du kannst sagen wir sind wie so eine weihnachtsstopf ganz ja die alles in die leber reingedrückt wird ich mal ein böses bild aber so ist so kommt es mir vor ja wir haben nichts zu mucken wir haben nichts zu meckern wir dürfen nichts hinterfragen ja und werden mit jedem toxischen müll gerade gestopft den man sich vorstellen kann ja ja auch auch so weil du vor uns auch wahrheit und gerechtigkeit wahrhaftigkeit es ist total schwer dass in deutschland zu leben weil also wenn man da ein bisschen tiefer reingeht und sich mit den hintergründen beschäftigt das ist ein hohen also das ist gar nicht mehr so möglich also total unterdrückt ja wirklich mal und oder auch das ist eine verhöhnung also für mich ich habe damals mal auch zwei tabellen nebeneinander geschrieben ich habe meine eine tabelle diese ganzen tugenden mal aufgeschrieben ja also sowas wie wahrhaftigkeit ordnungsliebe pünktlichkeit was war's und gottesfürchtigkeit freundlichkeit empathie also sind es war so eine ganze latte mit mit positiven werden und wenn man dann mal in die zweite spalte das habe ich versucht zu übersetzen ja was kriegen wir stattdessen gerade vorgelebt das ist immer das konträre also die wahrhaftigkeit oder früher war es ja die ehre dieses gradlinige dieses nicht bestechliche ja das war ja alles so was ich vorhin gesagt habe da um den friedrich rum was oberste da in den in ihm her zelebriert wurde das wurde ja alles jetzt umgedreht du hast betrug du hast nichts du hast täuschungen du darfst die wahrheit nicht mehr sagen es wird er erfolgreich der ja egomanisch ist egoistisch also pro sozial ist überhaupt nicht mehr in gottgläubigkeit oder oder dieser glaube in das höhere ganze den gibt es auch nicht mehr der glaube du bist der schöpfer du bist Gott, du bist der, der so quasi eigentlich was Höheres überhaupt nicht braucht. Es kommt mir vor, wenn der kleine Finger sagt, ich bin der ganze Körper. Ich kann als Finger ein Teil eines Systems sein, aber ich bin nicht als Finger das ganze System. Und das wird ja den Leuten beigebracht. Denen wird eine Art Hybris oder eine Überheblichkeit beigebracht, aber sie werden ja damit nur geangelt. Was die Leute nicht kapieren, ist, dass sie mit dieser diesem, du bist so toll und so groß und so schön und ein Wunder und was nicht alles, dass sie geködert werden und wenn sie dann an der Angel hängen, dann werden sie von diesem System, von diesem Überbau dann natürlich in die Schablonen reingedrückt. Oder als Soldaten dann ausgebildet und glauben noch, sie arbeiten für ein höheres System oder für höhere Werte. Und das ist ja das Schlimme, dass die Leute das nicht schnallen, dass diese ganze, hat dieses ganze Lovebombing, sagt man ja da oft dazu, dieses mit Komplimenten zuschütten gerade so in dieser Sektiererei oder des neuen Spiritualismus da, ne? Pseudo-Esoterik teilweise da, dass die eigentlich nur geködert werden. Ja. Und dann instrumentalisiert, die werden so zu Zirkuspferden gemacht, so zu Pferden, die den Wagen ziehen sollen, nicht mehr, nicht weniger, ne? Und es ist auch so in der heutigen Zeit, es gibt einfach ein Überangebot an allen möglichen. Das merke ich ja selber, dass viele sich beklagen, oh jeder sagt mit der Ernährung was anderes, was ist denn nur das Beste für mich? Da merkt man, dass viele gar kein Körpergefühl mehr haben, gar keine innere, so eine Intuition oder so eine Anbindung nach oben, sich einfach auf Führen und Leiden zu lassen, da ins Vertrauen zu gehen. Und nur was die Ernährungsrichtung und Gesundheitsempfehlungen, auch diese spirituelle Esoterik, was auch immer, diese Richtung, wo ich mich ja nie so zu Hause gefühlt habe, ich habe immer gedacht, ich bin noch nicht so weit, bis ich gemerkt habe, das ist alles nur Ablenkung, ich bin das nicht, was da nach außen getragen wird, das bin ich nicht, ich binde mich selber irgendwo an, ich brauche niemanden, der mir irgendwas vorbetet und mich so als Schöpfer hochlobt, das fühle ich einfach nicht, ne? Und auch jetzt in der Aufklärungsszene, weiß der selber, da gibt es viele, viele verschiedene, wo ich immer das Gefühl habe, die lenken die Leute wirklich ab und drehen die im Kreis und betreiben Empörungsmanagement, aber die wenigsten verhelfen den Menschen wirklich in ihre innere und äußere Freiheit, darum geht es gar nicht, viele der sogenannten Aufklärer profitieren ja davon, dass die Menschen sich empören und dass sie dann immer wieder, also es wird ja nicht nur vom Mainstream, werden ja Ängste geschürt, gar keine Werte, keine positiven Werte mehr hochgehalten und die Bevölkerung angehalten, diese auch zu leben, sonst geht ja immer um Angst, um Gewalt und und auch in der alternativen Szene hat man das Gefühl, wird immer Angst geschürt, so. Ja, aber schau mal Silke, ist doch eigentlich, schau mal, wenn du jetzt so ein narzisstisch-psychopathisches Gehirn wärst, wie könntest du Leute davon abhalten, dass sie sich wieder einnorten in die vier Himmelsrichtungen, indem du viel Radau machst, viel Emotion, viel Wut, viel Ärger, viel Panik schürst, die sind, das ist eine Art Beschäftigungsmanagement, weißt du, halte die Leute beschäftigt, halte sie im Wirbeln und dann kommst du nicht in die Mitte, wie bei einem Wirbelsturm, du hast in der Mitte, hast du das Auge des Organs, da ist es still, also muss ich doch als krankes Gehirn oder krankes System, muss ich doch dann gucken, dass ich die in der Peripherie halte und das möglichst mit viel Sturm, mit viel Lautstärke, mit viel Farben, mit viel Emotion, ja, also mich macht alle skeptisch, also gerade auch in der Aufklärerszene, die viel mit Radau arbeiten, viel, weißt du, reiserischen Titeln, reiserischen Bildern, reiserischen, meistens auch so emotional schwülstige, theatralische Musik hintendran, da merkst du, dass ein Marketing-System, eine Strategie mitläuft, normaler kleiner Otto, der idealistisch ist und will die Menschen unterstützen, ja, und dazu zähle ich mich auch, weil ich überhaupt keine Marketing-Strategien kenne oder weiß oder auch umsetze, ja, ein kleiner Otto würde so ein Zinnober im Hundergrund nicht machen, der so aus, wo alles ausgefeilt ist oder psychologisch so ausgerichtet ist, dass es sensationell klingt und die Leute mitreißt und nicht in ihre Mitte kommen lässt. Oder dann eben so diese Panik-Angst machen und zwischendurch immer so Überlebensnahrung in Kocher, Wasserfilter für unterwegs, ein Rucksack, weißt du, für wirklich diese Not-Szenarien, wo ich sage, hey, das ist ja ein Marketing-Konzept, die Leute Angst und Panik halten. Da mainstreamen wir auch die Alternativen teilweise und dann verlinken, verlinken und als ob das wirklich die Menschen weiterbringt, ja, das ist auch nur so ein Marketing-Konzept und wenn man wirklich sich mal umschaut, gibt es ganz, ganz wenige, die wirklich, also in meinen Augen, für mein Gefühl, wahrhaftig und authentisch sind. Viele gehören da zum Empörungsmanagement, da zählen sich auch in politischen, also es gibt niemanden in der politischen Szene, der uns wirklich da weiterhilft. Das ist alles nur Show, was da geliefert wird, von wegen links und rechts und die eine böse Partei. Also wenn man da mal tiefer schaut, da merkt man, das ist wirklich nicht die Befreiung. Befreiung würde, naja, was heißt Befreiung? Aber du kommst dann zur Ruhe, wenn du dir, wenn du ab und zu mal zwischen eine Askese magst, ja, also dich in Rückzug. Das habe ich mir ja jetzt hier auch über die Tage, diese zwei, drei Wochen, ich meine, ich habe hier genug zu tun, ich habe Blätter, Berge und Bürokratie und alles, aber ich versuche trotzdem hier in dieser Stille mit wenig Menschen zu kommunizieren, wenig gerade im Internet tätig zu sein, ja, um wieder in die Ruhe, in die Stille zu kommen. Gehe jetzt abends, auch wenn es kalt ist, und ein Fahrrad über die Felder fahren, weil ich dann zu mir komme, ich fühle mich und kann immer nachspüren, Susanne, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich falsch an, ja, oder auch im Gebet, ich hole mir viele Inspirationen oder Texte, die die Leute ja immer so in meinen Kanälen lesen, die sind oft durch Gebete entstanden oder nennen es Gespräch mit dieser höheren Instanz, ja, und das kannst du nur, wenn du mit dich bist. Wenn ich immer in der Peripherie unterwegs bin, ja, weil wirklich irgendwelche neuen, so wie durchs Hof getragen, ne, wie heißt getrieben werden, ja, dann komme ich dich, komme ich doch niemals zu meinem eigenen Pulsschlag, wenn die Leute mir mit Tröte hier in die Ohren schreien, wie soll ich meinen eigenen Pulsschlag hören? Und deswegen ist dieser Rückzug oder auch diese Diät, mal sich von diesen gesellschaftlichen Radau, also runter zu ziehen ins Innere, ja, ist meines Erachtens das Wichtigste, was man gerade tun kann. Und dann auch Entscheidungen fällen, in der Stille, da, wo du eben nicht beeinflusst bist. Ja, du hast vorhin das auch mit deinem, das ist ja dein Spezialgebiet, Nahrung und alles, ja, das Getönze, ich weiß genau, was du meinst, aber du weißt selber, wenn du daheim hockst und fühlst in deinen Körper rein, der weiß oft original genau, was er jetzt will und was er auf keinen Fall will, was tut ihm jetzt gut und was will er auf auf keinen Fall jetzt. Ja, und das gilt es zu erkennen, dass ich wieder mich rückbesinne oder auch mich erinnere an die Werte, die original in uns angelegt sind, ethisch, ja. Und dabei glaube ich, dass auch die verschiedenen Völker, wenn man das mal als System sieht, die Erde als ganzes System, hat jeder irgendwo auch eine bestimmte Funktion, ja. Also zum Beispiel uns Deutschen ja vorwerfen, ach, ihr seid so humorlos und ihr könnt keine Feste feiern oder was haben sie auch alles gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht, also die haben halt so viele Verzerrungen drin. Du kannst nicht temperamentvoll wie ein Spanier sein und dann aber der tiefe Dichter und Denker, das geht, das geht einfach nicht. Jeder hat seine eigenen Spezialitäten. Und darauf gilt es sich auch zu besinnen. Und ich glaube, dass hier in unserem Land sehr viele Menschen tief noch in dieser Wahrhaftigkeit verbunden sind. Ich meine, das ist schon ein bisschen antiquierter Ausdruck, diese Ehre, dieses Ehrgefühl, diese Geradlinigkeit, dieses Nicht-Korrupte. Ich meine, das, was inzwischen jetzt hier passiert, da wird es einem ja schlecht. Das meine ich ja mit dämonischer Umkehr quasi. Du bist hier umgeben von Korruption, von dunkler Masse, von einem Morast, wo es jemand, der im Hellen eigentlich sich ansiedelt oder da, wo es lichtvoll oder wertig ist, wo es einem ja nur schlecht werden kann. Aber du kannst die Wahrheit nicht zerstören. Das ist so das, Silke, wo ich drauf hoffe. Weil klar könnte jetzt einen riesen Gedümmel da draußen veranstalten. Aber der harte Kern, der diesen Ruf spürt oder diese Erinnerung an eine Melodie der Wahrheit, ich habe ja oft diese Bilder in meinen Videos drin, die wirst du nicht platt kriegen. Da werden immer irgendwelche Leute übrig bleiben, die dann quasi eine neue Welt wieder kreieren. Ich habe, weil du jetzt auch sagst, der Deutsche wäre so humorlos. Ich habe auch mal ein Video, irgendwann im letzten Jahr gesehen, da hat einer auch ein Video dazu gemacht, weil manche eben sagen ja, die Deutschen gehen zum Lachen in den Keller. So wenig Humor haben die so. Man denkt, die sind einfach so steif. Und da hat er auch noch mal eine ganz interessante Perspektive drauf gehabt, dass er gesagt hat, guckt mal unsere Vergangenheit an, wie hoch traumatisiert unsere Vorväter waren, auch durch diese beiden Kriege, was da wirklich passiert ist, was die Menschen auch, ich meine, die sind aus dem Krieg hoch traumatisiert wiedergekommen, was die auch an ihre Kinder weitergegeben haben. Also das steckt ja in uns allen noch drin, wenn wir uns die Epigenetik anschauen, was hier auf diesem Gebiet passiert ist. Und vieles ist ja noch gar nicht aufgearbeitet, die Masse wird eine ganz andere Sache haben, sie denken, das ist alles klar, aber ist es eben nicht. Also wenn das erstmal alles wirklich aufgearbeitet und ans Licht geholt wurde, was wirklich passiert ist, ich glaube, dann können wir wieder mit den Werten wirklich, denke ich mal, großflächiger ansetzen. Also bevor das ja nicht mehr wirklich ans Licht geholt ist, wo soll dann die Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit, welche Basis soll das dann haben, wenn es da so ein ganz tiefer Morast hier noch gibt, ja, und wie viele Menschen sich das gar nicht bewusst sind. Schau mal, jeder Wein hat ja einen eigenen Charakter, ne? Jede Traube hat einen eigenen Charakter und die ist gekennzeichnet, klar, durch die Sorte, aber auch durch die, durch das Erdreich, wo, wo ist dieser Wein entstanden, auf welchem Boden, ja? Und ich kann nicht sagen, ich bin ein Südwein, wenn ich, wenn ich jetzt hier, hier im, was weiß ich, im Rheingau als Traube groß geworden bin, ja? Also es gilt auch zu verinnerlichen, was ist unsere Historie, was ist unsere Geschichte, was ist uns alles widerfahren und das zu integrieren und zu sagen, ich muss jetzt nicht stolz unbedingt sein, aber ich selbstbewusst auch sagen, das bin ich und das ist nun mal die Geschichte und die hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin, ja? Du hast viele Menschen, also ich meine bei mir in der Praxis oder ich mache ja viel auch über Videochat, das sind alles meistens hoch traumatisierte Menschen, die da zu mir kommen, aber in der Folge oft unglaublich tiefgründig, unglaublich weise, weitschauend, starke Menschen, oft sehr, sehr liebenswerte Menschen, ja? Trauma muss nicht bei sich dazu führen, dass ich verbittert bin, ganz im Gegenteil, ja? Es gibt diese posttraumatische, dieses Wachstum danach, danach gewiesene Psychologie, ja? Dass auf diesem Ackerboden oft sehr, sehr dichte und weise und erfahrene Menschen wachsen, die dann auch taugen später als Führungsfigur, als Lehrer, als weißer Lehrer, ja? Weil der eben nicht irgendwo nur einen Müll transportiert, den er sich aus irgendwelchen Büchern da absorbiert hat oder an irgendwelchen Unis da eingetriegt hat, sondern weil er aus dem Leben spricht und vom Überleben spricht und Lösungen anbieten kann. Wie kann ich das denn überleben? Alles andere ist für mich Tant. Das ist Blöff, das ist aufgeblasene Wasserblase, das sind Schaumschläger, wie es im Buch steht, von denen sind wir ja umringt, wo du aber als hoch empathisch fühlender Mensch genau merkst, wenn du hinter diese Blattgoldkulisse guckst, ja? Dass da ganz viel Luft ist und ganz viel Vakuum. Das ist anstudiert, es ist teilweise zusammengeklaut, da haben wir ja schon mal in einem Video drüber gesprochen, ja? Dass da vieles als Versatzstück dann zusammengeschraubt wird, ja? Jetzt gerade auch, was Werde angeht, ja? Weil diese tiefe Trauer oder der Schmerz oder das, was wir an Krise durchleben, das macht ja auch die Sehnsucht im Menschen ganz groß, sich wieder an was wahrhaftiges anzubinden. Das dürfen wir nie unterschätzen, was Positives. Aber die andere Partei ist ja auch schlau. Die sagt sich, oh, jetzt müssen wir aufpassen, weil alle, die jetzt die suchen, die müssen wir jetzt wie mit Netzen, müssen wir die jetzt zusammensammeln. Also müssen wir denen irgendwas suggerieren, was furchtbar hell und furchtbar leuchtend ist und mindestens so ausschaut wie die Wahrheit oder wie das Gute. Ja? Diese ganzen ökologischen Bewegungen, spirituellen Bewegungen, ja? Irgendwas, wo sie uns auf die Flagge schreiben, das wäre positiv. Das ist Tarnung, weil dahinter, ja? Hinter diesem trojanischen Pferd steht eigentlich eine relativ dunkle Armee dann. Na klar, jetzt auch durch diese Zehbewegung, durch diese Zehjahre sind ja viele aufgewacht. Das hat man gemerkt, die gefühlt haben, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung und die versucht man jetzt auch wieder einzufangen. Ja, genau. Dass sie schön im System bleiben, dass die ja nicht mit dem Denken zu weit ausbrechen oder sich an irgendwas wirklich Lichtvolles anbinden. Ja, und das ist genau das, was ja auch in der Alternativszene passiert. Auch da, also wenn ich jetzt böse wäre oder eine dunkle systemische Einheit wäre, würde ich doch genau da die dunklen Samen reinstreuen, ja? Dass da die Distelgewächse auch aufgehen. Und dann sind selbst die Aufgewachten wieder vollkommen verstört und sagen, ja was jetzt? Ist das jetzt Wahrheit? Ist das jetzt nicht Wahrheit? Kann man dem glauben? Kann man dem nicht glauben? Dann hast du jetzt dieses Getümmel, dass die Leute auch in alternativen Szenen vollkommen misstrauisch sind, weil sie nicht mehr unterscheiden können, was ist denn jetzt in dieser in diesem abgetrennten Teil auch wieder unwahrhaftig? Ja, also in der heutigen Zeit ist wirklich wichtig, also Nahrung ist ja für mich zum Beispiel nicht nur Lebensmittel, sondern auch die geistige Nahrung, die wir uns so zuführen. Wir werden ja auf unterschiedlichste Art und Weise genährt. So und es ist heute an der Zeit wirklich wichtig zu schauen, wie nähere ich mich? Was führe ich mir zu? Was lasse ich in mein System rein? Und dann wirklich genau zu schauen und genau zu filtern, auch natürlich bei Lebensmitteln, klar, aber eben auch die geistige Nahrung, dass man schaut und zur Not vielleicht auch mal wirklich auf Abstand geht zu vielen geistig. Einfach auf rückzugehen. Wie du auch sagst, vielen in die Natur gehen. Also ich kann am besten auch in der Natur die Anbindung spüren. Wirklich mal für mich alleine zu sein. In der Natur, auch barfuß laufen hilft mir von Frühjahr bis Sommer sehr gut. Mich zu erden oder auch mal einen Baum zu umarmen oder mich an einen Baum anzulehnen, was für viele irgendwie so ein bisschen her ist. Das ist ja total wie ein Freak, aber das ist unsere, ja, da kann ich die Anbindung spüren. Weil das sind ja noch abgetrennte Systeme oder zum großen Teil, wenn du irgendwo, was weiß ich, in eine Forstwirtschaft, wo alles durchgestylt ist, gehst, spürst du das nicht. Oder ein künstlich angelegter Park, der macht zwar ästhetisch Schönsein und Formen oder irgendwelche Konstellationen haben, die dir vielleicht gut tun. Aber diese Natur, wie mit ihren eigenen Gesetzen, mit ihrem kleinen Kosmos, der autonom ist, ja, der hat eine ganz andere Ausstrahlung als all dieser ganze synthetische Kram da draußen. Und das gilt einfach, weil du vorhin gesagt hast, die Klarheit ist wichtig. Wenn wir im Bergsee wären, ja, und der ist verschmutzt durch irgendwelche Einflüsse chemisch, dann müsste ich doch erstmal alles abriegeln, wo irgendwo Einleitungen sind oder Kanäle von, was weiß ich, Industrie oder sonst wie, die, was mein Wasser verschmutzt. Also ich muss ja erstmal abriegeln, wenn ich weiß, das sind irgendwelche Zuführungen, die mein Quellwasser oder mein reines, klares Wasser verschmutzen. Und erst dann kann ja so ein See sich oft selber regenerieren wieder. Der hat ja eine Resilienzkraft, also der hat ja eine Möglichkeit, sich selber zu heilen. Ja. Plus diese Eingebung von oben. Aber selbst da könnte man jetzt auch wieder diskutieren, was kommt heutzutage als Regen darunter, ja. Aber ursprünglich ist es ja auch so ein Symbol, so eine Metapher. Dieser Regen benetzt diesen See und die Klarheit erneuert sich dadurch, ja. Aber auch selbst da oben wird ja rumgedreht und ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, du weißt, was ich meine, ne. Ja, wir werden auf verschiedenen Ebenen einfach beeinflusst, ob die Ernährung, Luft, Wasser. Richtig. Ja, also Medien, also Schule, Gesundheitswesen, alles einfach. Ja, wie ein Stern, also im negativen Sinn. Die Spitzen kommen immer mehr auf uns zu, von jeder Seite. Du kannst dich gesund ernähren, wenn du aber Textilklamotten anziehst, die verseucht sind toxisch, ja, kommt es von der Seite. Und wenn du da aufpasst und trägst nur deine Öko-Baumwolle, dann wirst du eben digital verseucht, durch Strahlung, durch den Mist, was man auch, also man kann es ja nicht mal angucken, was da für ein Erziehungsfernsehen momentan läuft. Hat es nicht sogar mal Freud gesagt, Erziehungsfernsehen, da muss ich an Kinder, ich begleite ja eher, ne, es gibt für mich immer so, Erziehung ist das eine, das ist so dieses alte System und ja, Kinder begleiten, das ist so für mich für die neue Zeit maßgeblich, für mich persönlich. Hat es nicht sogar mal Sigmund Freud gesagt, je früher man die Kinder sexuell erzieht oder mit in Berührung kommt, umso, umso, also umso schlechter kann man sie bekleiden oder erziehen, ne, sieht man ja jetzt auch. Ja, je tiefer du in die Wurzeln reingehst, klar, wenn du nach unten schon die Wurzeln toxisch benetzt, ja, wird da oben ja nie ein richtiges Räunchen draus, ne. Genau, dass die Eltern dann immer weniger Zugang zu ihren Kindern, ich meine, wenn du Kinder mit zehn, elf, die haben ja noch gar nicht so die geistige Reife für das, für die Sexualität an sich und wenn die da schon so damit konfrontiert werden, vielleicht jetzt auch durch, man gibt ja verschiedene Untersuchungen jetzt auch durch Giftstoffe, dass wirklich Kinder früher in diese Pubertät kommen, ne, sie haben aber noch gar nicht diese. Ja, ja, da wird ja viel grad. Die geistige Reife. Die Ruhe Pubertät stoppen und lauter Sonnenkäse, ja. Nein, das ist wieder auch, dass das jetzt in den Kinder reingetragen wird, du kannst dein Geschlecht dir aussuchen. Das ist, dass man wirklich eine neue Art von Mensch oder was auch immer das ist züchten will, der keine Identität mehr hat, keine Wurzeln, Familie, diese Einheit Familie ist ja auch, ist man ja auch schon länger dran, das zu zerstören und auf verschiedenen Aber es geht ja ganz früh rein, Silke, ja. Ist ja nicht jetzt, weil du vorhin gesagt hast, die Elfjährigen, wie laufen denn heute Geburten ab, ja, teilweise die Kinder werden gleich weggenommen, da kann diese frühkindliche Bindung teilweise gar nicht ja richtig eintreten. Oder wie du sagst, diese Kinder im Kindergarten, die da mit irgendwelchen Liter, also möchte jetzt gar nicht über die Inhalte reden, aber auch da ist so eine Art Frühsexualisierung schon spürbar. Der Götz Witt neben, der hat mal mit dem Rai Gave ein interessantes, oder mehrere Interviews gemacht und ein interessantes Video, da hat der Rai Gave auch darüber gesprochen, wie Kinder in unserer Gesellschaft von Anfang an, von der Geburt an traumatisiert werden. Das geht eigentlich schon beim Ultraschall los. Schon beim Ultraschall ist das auch eine bestimmte Energie, die nicht gut ist fürs Kind. Also eigentlich wirkte, ich glaube, ja, das wirkt auch sehr erschreckend für die Kinder, wenn sie im Mutterleib mit Ultraschall behandelt werden oder damit in Kontakt kommen. Und das geht ja ganz früh los. Geburt ist es klar. Dann die, sag ich mal, die Peaks-Behandlung, die ja allen Kindern, den meisten Kindern hier in diesem Gebiet, die damit behandelt werden, Medikamente dann einfach, wie sie dann hier in diese Gesellschaft reingeworfen werden, irgendwie funktionieren müssen. Und die, die dann eben feinfühliger sind, hochsensibel, die gehen da oft unter oder machen dicht. Die können gar nicht ihr wahres Potenzial. Ja, die waren ja auch gepackt. Ich weiß es von meinen Kindern. Also ich behaupte mal, dass da sehr stark Hochsensibilität vorherrscht. Die waren dann gepackt über Jugendpsychiatrie und ADHS und du sollst die und die Medikamente da nehmen, damit die sich besser konzentrieren können in der Schule. Also da geht ja auch dieses Schnippeln los und diese Schablontechnik, dass die da eingepasst werden in eine Kiste, die für die viel zu klein ist. Weil diese neuen Kinder, die sind ja, ja, ist meine Ansicht, die sind eine große Gefahr für das alte System, weil die ganz andere Strickmuster haben, gehirntechnisch. Die denken anders, die haben eine hohe Wahrnehmung, die durchschauen oft auch Autoritäten. Die haben auch Probleme mit Autoritäten, wenn sie sehen, dass der Lehrer oder dass das nicht Hand und Fuß hat oder das nicht dicht ist. Und das ist ja klar, dass man dann diese Menschen, diese jungen Menschen beschneiden muss oder vollkommen untauglich macht für das Potenzial, was sie eigentlich hätten. Also wo willst du da anfangen? Egal, wo du guckst, ist alles irgendwo diffundiert mit dem Dunklen, mit diesem dunklen System. Also wie wenn sich da tausend Köpfe hingehockt hätten und haben überlegt, wie können wir die Pädagogik durchforschen, wie die Medizin, wie die Agrargeschichten, wie Unternehmertum. Du hast, also rundum hast du diese Verfehltung. Ja. Ja, um die Gesellschaft wieder gesunden zu lassen, müsste man ja eigentlich ganz unten anfangen, nämlich bei den Kindern oder bei den Paaren, die sich entschließen, zusammen eine Familie zu gründen. Und da auch ein gewisses Bewusstsein, dass die ein gewisses Bewusstsein haben und ihre Kinder auf eine bestimmte Art und Weise begleiten. Dann könnte die Gesellschaft wirklich wieder gesunden, aber das ist ja auch ein langer Prozess. Oder dann die Menschen. Ja, du bräuchtest zwei Pole vor allen Dingen, also jetzt meiner Ansicht nach. Das sind einmal, das hast du auch in diesen ganzen Science-Fiction-Filmen oder Herr der Ringe und so weiter, die alten Weisen. Ja, ich sage jetzt nicht, dass alle alten Menschen intelligent sind, aber zumindest haben sie Erfahrung. Und wenn da noch dazu die Güte kommt, weil mit verbitterten alten Leuten kann auch nichts anfangen, ja. Die Güte und die Weisheit kombiniert, wenn du die verbindest runter in die Jugend, in die Kindheit, also wenn die alte Großmutter, der alte Opa noch in Kontakt kommt mit den Kindern, die noch relativ rein sind, noch unverfälscht sind, dann kannst du den Brückenschlag machen. Weil ich glaube, dass oft die Mittelalter auch hochtraumatisiert gerade sind. Ich glaube, dass viele Eltern gerade auch selber überfordert sind, weil sie mit dem ganzen Dilemma oder dem Kampf um die ökonomische Mittel oder zum Überleben oder beruflich, die sind auch in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, meines Erachtens braucht man einen ruhigeren Pol, der schon vieles hinter sich hat, der auch nicht mehr so in der Angst ist, der dieser neuen Generation, also ich hasse dieses blöde Wort letzte Generation, das ist auch so ein doofes Teil, was da gerade so durch die Medien pflegt, ja. Ich sage, die neue Generation, die da jetzt kommt, die darf sich befruchten mit dem alten Wissen, das teilweise eben durch die alten Weisen tradiert wird, aber auch in der Beschäftigung mit Geschichte, mit Traditionen, mit Kultur, mit unseren Werten, also dass man einfach auch mal ein bisschen gucken geht, was gab es denn für Werte, was sind denn deutsche Tugenden, ja, zum Beispiel. Und so kann jede Nation mal gucken, was ist die Wichtigkeit oder das Wertvolle unserer Ahnenreihe, dass man auch mal, ich habe jetzt zum Beispiel auch jetzt über Weihnachten einen Haufen Bilder mir nachmachen lassen von meiner, von meinen Ahnen, also die bis in 1700 habe ich jetzt ein paar gefunden, auch alte Fotos, weil ich aus so einer Baumeister- und Offiziersdynastie stamme, ne, und wenn du dann diese alten Fotos siehst und teilweise hab das ein bisschen eingeklebt, das macht was mit dir, ja. Du siehst, du guckst in diese alten Gesichter oder auch meine Omas, diese gütigen Gesichter von früher und das ist dieser Ruf, das ist diese alte Melodie oder Weise, die in einem wieder anschwenkt. Was wären so für dich so die wichtigsten Werte, die es gilt, wieder hochzuhalten und zu leben? Also primär Silke, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Ehre, Anstand, das sind die alten Worte dafür auch, ja, wieder zurückzufinden, was ist wirklich wahrhaftig, weil du kannst ja keinem mehr fast trauen draußen, ja, weil du immer denken musst, ja, ist der jetzt egoistisch oder macht er das jetzt weil oder hat, lügt er dich jetzt gerade an, ja, also darauf kannst du doch keine Gesellschaft aufbauen, ja, also Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, dann ist wichtig für mich, war auch eine deutsche Tugend Mut, Zuversicht, ja, weil vielen fehlt es an Mut, das hat aber auch mit unserer Geschichte zu tun, dass wir, wenn du jedes Mal eine auf den Zylinder kriegst, dann gibst du irgendwann ja auf, dann sagst du, warum soll ich mich denn aufrichten oder aufstehen oder mutig, zuversichtlich sein, wenn dann sowieso wieder einer mit einem großen Hammer kommt. Ja. Ja, also das wäre so ein Wert, dann was ich glaube, ist, dass auch die göttliche Ausrichtung auf einen ganz neuen Fuß gesetzt werden muss, weil da ja auch vieles verfälscht ist, parasitär besetzt, also Kirche, glaube ich, das ist eine Institution, gut, die haben ganz viel dazu beigetragen, um zu sehen, dass hier auch Täuschung teilweise unterwegs ist, Betrug, also die sind für mich infiltriert, das heißt, wenn, dann brauchen wir für diese neue Gottesanbindung, ja, die individuelle, die mystische, individuelle, intime Gottesanbindung, die jeder in sich und in der Stille auch finden kann. Dazu brauche ich keinen Priester, dazu brauche ich niemanden, dazu brauche ich auch keine exegetischen Auslegungen aus der Theologie oder, oder, ja, solche Sachen. Also das glaube ich ist, also du kannst viele Inspirationen wie ein Update kriegen von oben, ja, wenn du die Tür öffnest, weil wir haben den freien Willen meines Erachtens und da gilt es auch zu sagen, ich bin bereit, ich mache mich auf für diese Botschaften und dann werden diese Botschaften fließen. Also jeder, dem ich das mal, wo ich gesagt habe, Mensch, mach doch das mal als Experiment, geh doch einfach mal in Kontakt, sprech so irgendwie, wie wenn es ein guter Freund wäre, ja, und bitte doch einfach mal um Zeichen und fast immer ist dann was passiert. Also was diesen Menschen dann ja auch bestätigt, ich brauche keinen rechts und links, der mir da eindröselt, was richtig ist oder was ich formal jetzt machen muss, welche Art von Gebete ich da machen muss, nee, brauchst du nicht, du kannst sprechen, du kannst dich unterhalten und dann kriegst du Zeichen. Ja, also das ist auch ein Wert, wo ich mir sicher bin, dass man, ja, dass das im Kommen ist, lässt sich nicht aufhalten, weil die Leute haben Sehnsucht nach der religiöser Rückanbindung an die Originalwerte, an das, was dich als Mensch ausmacht oder wie du hier als kleines Kügelchen auf die Erde geplumpst bist, ne? Ja. Wir werden es nie ganz umschreiben können, weil es, weil, da gibt es die Wörter einfach nicht, weil, ob wir jetzt da Gott sagen oder, oder, ja, die anderen Begrifflichkeiten, das ist ja auch nur ein hilfloser Versuch, was ganz Riesiges überhaupt in ein Gefäß fassen zu wollen. Ja, du beschreibst das immer so schön, also ich fühle das auch so, auch die Werte, die du sagst, so Wahrhaftigkeit, Mut, Zuversicht, also das ist bei mir im letzten Jahr nochmal so ganz stark aufgeploppt, Mut, Zuversicht und Vertrauen einfach auch sein und sich auch eben anbinden, nach oben anbinden, da habe ich ja schon mit dir Gespräche gehabt und das hast du auch schon in vielen Videos so beschrieben und das kann wirklich sehr hilfreich sein und einen auch gut durch diese herausfordernden Zeiten bringen und auch, man kann nach Antworten Fragen, ja, man kann Fragen stellen. Oder nach Führung auch, ja, das einfach übergeben, auch mal delegieren, wenn man schlecht drauf ist, ja, und nicht auf diese Verhöhnung hören, ja, weil all das wird ja mit Füßen getreten. Wenn man mal ein bisschen googelt und geht mal, nun mal aus Witz, mal die preußischen Tugenden durchgehen von damals, der wird bei vielen, also okay, manche sind ein bisschen altmodisch für heutzutage, ja, aber bei vielen geht man in Affinität, wo man sagt, ja, genau, das fühlt sich gut an, ja, das fühlt sich, das fühlt sich, das fühlt sich real und richtig an für mich und dass man sich da immer mehr auch darauf ausrichtet, ja, was fühle ich selber, was, ja, wo, wo, wo sagt meine Seele, ja, das fühlt sich, fühlt sich gut an. Ja, also, ja, wieder zu den wahren Tugenden, was, die uns ureigen sind, wieder zurückzukehren. Für mich gehört auch dazu, Susanne, ich weiß gar nicht, was mit unserer Sprache auch gemacht wird, ne, die wird immer mehr mit Anglizismen durchzogen, gegendert, also da würde ich wirklich auch die Zuschauer bitten, da wirklich sich mit ihrer Sprache ein bisschen zu befassen und wir haben ja mit, ich glaube, ich habe mal gelesen, die deutsche Sprache ist die Sprache, mit der man sich am präzisesten ausdrücken kann, mit eigentlich einer großen, reichen Wortwahl, aber die, das wird immer enger in den letzten Jahrzehnten, hat man unsere Sprache immer mehr eingeengt, ja, man, also, deswegen, ich lese auch mal gern Arnott Ehritsch, einfach Herr Kost oder so, so Schriften aus der Zeit, was da noch für Wörter verwendet wird, was für ein schönes, wundervolles Deutsch, klar ist es nochmal ein bisschen anderer Zeitgeist, manche Sachen muten sich ein bisschen befremdlich an, aber generell wird da die Sprache einfach nochmal anders gefeiert, also heutzutage, wie viele auch schon, auch bei, bei, bei meinen Eltern schon, dass, dass meine Mutter zum Beispiel Happy sagt, wo ich dann immer, da bin ich ein bisschen altmodisch und antik und versuche einfach da meine Sprache einfach, also entweder ich rede Englisch, Englisch ist ja auch eine, eine einfache Sprache, die man ja, die viele weltweit beherrschen, Deutsch ist ja schon schwerer zu lernen, also entweder ich rede Englisch oder ich rede Deutsch, aber ich mag weder Englisch, ähm, nicht wertschätzen, indem ich das mit Deutsch mische, noch mag ich meine eigene Muttersprache nicht wertschätzen, indem ich auch mit diesem ganzen Gender, da könnte man ein extra Video machen, ja, und viele Deutsche lehnen das einfach ab, auch viele Frauen, eigentlich soll es ja die Frauen wertschätzen und unterstützen, dass sie gesehen werden, aber viele Frauen wollen das gar nicht, so, ne, selbst, ich glaube, also auf der einen Seite haben sie uns ja seit vor 80 Jahren erzählt, wir müssen die Sprache vereinfachen und haben uns so und so viele tausende Wörter weggenommen und da machen sie sie wieder kompliziert, also das ist in sich auch nicht stimmig, was sie da treiben, es ist einfach eine Verzerrung, eine Verschandelung einer Sprache, ja, deswegen mache ich ja auch oft diese Gedichte in dieser alten Form noch, mit vielen alten Worten, weil da ganz was anderes mitschwingt nochmal, wie wenn ich jetzt so ein paar Rodimente der deutschen Sprache gebrauchen dürfte nur, ja, oder gerade auch in der Narzissmus- oder Psychopathieforschung, wir haben so viel, also ein ganzer Rattenschwanz von, ähm, ähm, na, englischen Worten, Hoovering, Love Bombing, habe ich ja vorhin mal außergewöhnlicherweise gesagt, Flying Monkeys, Futuring und den ganzen Käse, ich versuche in meinen Videos möglichst deutsche Ausdrücke dafür zu finden, ich sage für die Flying Monkeys zum Beispiel die Helferleins, die kleinen Soldaten oder sonst wie, ja, weil ich das ablehne, dass wir alles in einer fremden Sprache umschreiben sollen, wo wir hier genug Worte dafür haben. Wir haben eine sehr reichhaltige Sprache und das gehört für mich auch als Wert dazu, die wieder aufleben zu lassen und zu wertschätzen, weil unsere Sprache, die verarmt ja immer mehr und, ja, das ist ja auch, die ist ja auch so, wie sagt man immer so, so wie eine Sprache ist, so denkt auch, so denken auch die Menschen der Sprache, so, wenn das immer mehr verarmt und immer mehr mit Anglizismen durchstreut ist und dann auch noch so gegendert wird, das macht auch was mit, mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, wenn wir diese Sprache so verwenden, also ich lehne das, ich sage da immer, bin ich zu antik, also ich lehne das für mich so ab, ich spreche nicht so und wenn ich gegenderte Texte anfange zu lesen, höre ich auf, ich, ich, also das, das, das ist für mich. Ich finde es anstrengend, ich sehe da so ein Widerwillen da, also. Und es wird halt durchgezogen, obwohl viele das hier eigentlich ablehnen, es gab, glaube ich, sogar mal im Fernsehen, ich weiß gar nicht, ob das live war, unter Jugend, war das in Bayern, im bayerischen Fernsehen, da sollten die abstimmen, wie sie, glaube ich, zu dem Gendern stehen und die Jugend hat es auch abgelehnt und da haben sie dann in der Sendung gesagt, ja, so müssten sie sich mal überlegen, wie sie das den jungen Menschen wieder nahe bringen, also wie sie noch mehr manipulieren und Gehirn waschen, dass die Jugend das annimmt. Ja, du könntest es nur, sie geschaffen durch Verordnungen oder dass es reglementiert wird durch Gesetze, weil freiwillig, du merkst ja, die Menschen tendieren da nicht hin, ja, nur die, die wirklich in Schablone schon sind, daran erkennt man das oft auch bei diesen Gurus, wer für welch, wer schon Zirkuspferd ist, für wen, ja, wer verwendet es und wer verwendet jetzt eben nicht, weil die natürliche Neigung ist eher in ein schwingendes Deutsch rein, wo diese Verschnörkelungen oder diese hartkantigen Sachen einfach nicht reinpassen. Und dieses Abgehackte, das ist einfach nicht, das fließt nicht mehr. Das fließt nicht. Stell dir mal vor, ich müsste jetzt Poesie schreiben mit diesen, mit diesen Dingern dazwischen, da lasse ich es ganz bleiben, ja, kriegst du einen Würgereiz in so einem fließenden Text, sowas da reinzudrücken oder in eine schöne Prosa oder so, ja. Oder generell auch einen schönen Text über einen Sachtext oder seine eigene Biografie, also wie liest sich das dann, wie spricht der, wie spricht der, wie spricht der. Ich kann mir das auch nicht anhören, wenn das jemand macht, das schalte ich weg. Also das ist für mich auch was mit Nahrung zu tun, dass ich mir so eine Art degenerierter, geistiger Nahrung nicht antun, muss ich wirklich so sagen, weil das ist einfach... Gut ausgedrückt, ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob das durchgeht, weil das einfach abgelehnt wird. Ich glaube, dass das wie eine Art Strömung ist. Du hast ja bestimmte, auch Kunstrichtungen mal gehabt, jetzt gerade im dritten Reich oder DDR-Zeit, ja, diese Kunst kann keiner mehr sehen, weil das ein bestimmter, das war verbrämt mit einem bestimmten Stil und, ja, wo propagandistische Elemente mit drin waren und das lehnst du dann automatisch ab. Da ist der Stempel einer bestimmten Zeit drauf und du weißt, okay, nee, das ist aber nicht dauerhaft. Das glaube ich, dass das vielleicht mit der Sprache da auch eintreten wird. Mit der Sprache, was mir jetzt noch so zum Schluss noch so einfällt, weil ich auch immer gerne mir total alte Videos und Fotos anschaue, auch mit der Architektur vor 100 Jahren. Schau dir mal an, was heute für Häuser gebaut werden. So Kasten, Klötzer, Seelenlose, überhaupt nichts Schönes mehr. Da kann man sich auch fragen, ist das Absicht? Kann man sowas nicht mehr bauen? Ist das Absicht? Die Kunst auch, das ist manchmal verrückt. Kunst kommt ja eigentlich davon, dass man von Können, dass man was Schönes erschaffen kann. Das war, glaube ich, mal, weiß ich gar nicht, in welcher Zeit mal die Definition, was Schönes für die Seele zu erschaffen. Also ich meine jetzt manchmal für Kunst auch, was so manche aus der US-Regierung oder Berater, was die manchmal für abartige Kunst in ihren Häusern hängen haben, das geht ja schon in satanische Reihen, wo ich sage, das ist ja wieder diese Verdrehung, dieses Umkehrung, was Kunst eigentlich sein kann. Ja, was, was die sind. Richtig, hast du die Umkehrung. Du hast ja, weil du vorhin gesagt hast, die Architektur in einem Raum, der nicht lebt, ja, der vollkommen spartanisch oder kalt ist. Wie willst du da Seele füllen, Empathie füllen, wie, 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 oder die Ästhetik, ja? Das menschliche Auge liebt die Ästhetik, das Schöne, ja? Und das kann ja sich in solchen Räumlichkeiten überhaupt nicht mehr entfalten. Wir sind ja praktisch umgeben davon, ne? Das Alte kann man immer noch ein bisschen sehen, aber man hat halt auch dieses Entortete, dieses Neue, dieses Kalte, mit was wir uns nicht mehr verbunden fühlen. Also man kann das überall sehen, ne? Wir hatten die Themen, also wenn man weitergeht, Sprache, Kunst, Architektur, man kann es überall sehen in der Gesellschaft, ne? Wie sich, wie sich, wie die Werte einfach so einen Werteverfall gibt, so einen Abfall von Werten. Aber ich bin, wir sind trotzdem in der Zuversicht, das ist ja auch so eine Tugend, in der Zuversicht zu sein und einfach da Impulse zu geben. Du sagst auch mal, wie ein Leuchtturm. Also wie ein Leuchtturm zu sein und Impulse zu geben und einfach die Leute zu erreichen, die dafür noch offen sind. Du sagst ja auch, wir können nicht alle mehr retten. Das wird, viele werden gar nicht verstehen, was wir sagen. Also ich hätte vor einem Jahr noch anders drüber gesprochen. Ich habe gedacht, dass die einfach länger brauchen, um Dinge zu erkennen, inzwischen wird mir klar, dass das eher so ein Auseinanderdividieren ist von bestimmten Kategorien von Menschen. Warum und wofür, das werden wir hoffentlich irgendwann kapieren. Weil oft kann man ja Geschichte erst im Nachhinein erklären, warum das so war. Aber dass hier alle auf dem Boot sitzen und gleich im gleichen Rhythmus paddeln, das können wir uns, glaube ich, abschminken. Aber ich bin zuversichtlich, weil viele eben trotzdem, auch wenn es vielleicht nicht so viele sind, aufs Leben sich ausrichten. Klar, mit vielen Wunden und Narben und wir haben alle unsere Beschädigungen in den Jahren mehr oder weniger erlebt. Aber es ist unbezweifelbar, dass viele sich dem Licht, der Zuversicht zuwenden, den Werten, was ist wichtig für eine Gemeinschaft, für eine Gesellschaft. Also sind ganz viele Gehirne am Leuchten und am Arbeiten gerade. Wie kann die positive Zukunft ausschauen? Und dazu gehört halt auch wieder, sich zu verbinden mit den Leuten, die auf einer Wellenlänge sind, sich nicht separieren zu lassen. Neue Strukturen schaffen, im Kleinen wie auch im Großen, sich mit den Menschen in der Region verbinden. Das ist das Wichtigste. Also nicht nur immer im Internet irgendwelche Kanäle folgen und schauen und dort anonym mit Leuten chatten, sondern auch wirklich im echten Leben präsent sein und sich da verbinden und Neues schaffen, sich um Tiere kümmern, um die Natur kümmern, um andere Menschen kümmern, einfach zu schauen, auch in seinem Umfeld gibt es irgendjemand, der Hilfe benötigt. Wieder diese Tugenden leben, auch der Hilfsbereitschaft, der Güte, der Empathie. Das auch in sein eigenes, persönliches Umfeld hineinzutragen. Und dann zum Vorbild dafür wären. Also ich glaube, dass die wenigen sich unterschätzen oft, weil das, was sie tun, in ihrer Güte, in ihrer Liebe, auch in ihrer Zuversicht, in ihrer Fürsorglichkeit, das schlägt ja Wellen. Vielleicht erst nach ein paar Mal, muss ein anderer vielleicht erst mal gucken und sagen, okay, wie macht die oder der das denn? Und fühlt sich das nicht sogar besser an, wenn ich das auch so mache oder in mein Leben ziehe? Also insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass das Beispiel und Vorbildfunktion haben wird, was viele hier schon begonnen haben. Also ich bin da erst noch mal an der Zuversicht, egal was von manchen da draußen getrommelt wird, weil ja, die Zuversicht, die Hoffnung stirbt zuletzt so. Aber die kommt auch dann, wenn du dich abschottest. Du erinnerst dich, du hast ja vorhin gesagt, da mit dem auch, dieser Radau um uns rum. Und das ist ja auch danach, wie man seinen Geist ausrichtet. Also ich schaue mir trotzdem schon im Außen an, was wird da getrommelt, wo stehen wir gerade und das ist trotzdem gehört für mich dazu, mir die Realität anzuschauen. Aber das sollte nie die Überhand gewinnen, das sollte mich auch nie in Angst und Schrecken versetzen. Trotzdem immer der Hauptfokus, was will ich verändern, wo möchte ich meine Energie nicht mehr reingeben, wo möchte ich meine Energie reingeben, dass das immer die Überhand hat. Und natürlich gewinnt dann auch Mut und Zuversicht immer mehr, wenn man daraufhin fokussiert. Also immer, wenn man traurig ist, Schmerzen hat, Angst, Panikgefühle, immer überlegen, ist mein Bergsee nicht vielleicht von außen gerade verschmutzt und muss ich nicht einfach die Wasserhähne gerade zudrehen mal außen und meinem Sehzeit geben, sich wieder zu regenerieren. Und dann wirst du merken, dass oft der Dreck nicht bei dir auch gespült wurde, sondern dass er von außen kam. Und dann tritt auch diese Klarheit wieder ein und diese Verbindung mit dem Oben, wo man dann ja seiner Weg auch gehen kann. Ja, ich danke dir, liebe Susanne, für das Abschlusswort. War wirklich wieder ein sehr schönes Gespräch mit dir. Ja, ich hoffe, wir konnten den Zuschauern einiges an den Pulsen mitgeben. Also nochmal hier auch gern die Bitte, ja, lasst gern eure Gedanken und Meinungen zu diesem Interview unter diesem Video, eure eigenen Erfahrungen, was sind eure Werte, die ihr aktuell hochhaltet oder wo ihr euch wünscht, die würde auch von der Masse wieder gelebt werden. Also wir sind da sehr interessiert dran, eure Gedanken und Meinungen zu erfahren. Wir wünschen euch eine wundervolle, harmonische Zeit und ja, beste Grüße, alles Gute, alles Liebe. Wir wünschen euch, wir wünschen euch, wir wünschen euch, wir wünschen euch,